Boom, 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 ja, boom. Ihr Vater, also, ne, ihr im Sinne von Mehrzahl, ne, von mehreren Leuten, der Vater, ihr Vater erlaubt ist. Ähm, ich denke mal, das kann man sich dann auch ganz gut vorstellen, dass es das heißt. Ich meine, interessanterweise, ne, Vater, Father, allows, erlauben, ja, das sind so, ne, da merkt man, dass die Sprachen eng miteinander verwandt sind. Ähm, gut, also, ihr Vater erlaubt es, so, gut. Äh, he supports his son, ja, ne, das Wort support, das kennt man vielleicht auch, äh, wenn man, äh, Gamer ist oder sowas. Äh, da muss man sich vielleicht schon mal das ein oder andere Mal an Support wenden, und nicht nur als Gamer, sondern auch bei anderen Sachen, ne. Naja, jedenfalls, he supports his son, er unterstützt seinen Sohn. Also, Support heißt Unterstützung. Also, Support heißt, ja, Unterstützung oder Unterstützern, so, je nachdem, ne, in welcher Situation das Wort auftaucht. Er unterstützt seinen Sohn. So, I fill the bottle with water. Ich fülle die Flasche mit Wasser. Das ist auch wieder, ja, ne, interessant, hier merkt man auch vielleicht so ein bisschen, ähm, den, den, die Verwandtschaft vom Englischen mit dem Deutschen im, im Norden. Also, mit den, mit, äh, was weiß ich, ja, mit dem Norddeutschen könnte man auch sagen, oder Niederdeutschen. Weil, sagt man nicht im Norden von Deutschland auch mal Buddel zu einer Flasche? War das nicht so? Und Buddel und Battle ist doch dann ziemlich nah beieinander, nicht wahr? Und ich glaube, wenn man noch genauer sucht, dann würde man ziemlich, würde man ziemlich viele Sachen finden. Also, man merkt auf jeden Fall, das ist ein fließender Übergang von Norddeutschland bis nach, äh, England von den Sprachen. Es gibt ja da nicht nur Hochdeutsch, es gibt ja Niederdeutsch, es gibt Friesisch, Niederländisch. Und die, ja, sind alle sich ziemlich ähnlich, muss man ja wirklich sagen. Oder man könnte halt, wie gesagt, von einem fließenden Übergang sprechen, wenn man sich, wenn man die miteinander vergleicht. Gut, ich fülle die Flasche mit Wasser, äh, heißt dieser Satz. Ich fülle die Flasche mit Wasser. She visits me. Sie besucht mich, ne? Also, das kommt jetzt, ja, würde ich sagen, visit kommt, äh, haben sich die Engländer wahrscheinlich von den Franzosen abgeguckt. Und die wiederum von den Römern, ne, das ist, äh, Moment, war das nicht so? Ja, das ist, äh, ja, das ist, äh, mit Sicherheit, genau. Ein, äh, lateinisches Wort, äh, äh, was da, ne, seine Spuren hinterlassen hat. Im Wort visit. Das haben wir nämlich im Deutschen zum Beispiel nicht. Äh, sie besucht mich. Es ist schon, finde ich, interessant, wenn man die verschiedenen Ursprünge einer Sprache so zurückführen kann. Das habe ich sehr gerne. Das ist ziemlich interessant, weil man da so auch ein bisschen so, äh, in die Entwicklung reinschaut, wie das alles so zustande gekommen ist, ne? Wenn man so merkt, wo die einzelnen Bestandteile einer Sprache herkommen. Okay. She follows me. Ja, sie folgt mir. Und ich denke mal, folgen und follow ist auch wieder so, äh, könnte man sich vorstellen, dass das durchaus, äh, einen germanischen Ursprungs ist. Nur, dass Deutsch und Englisch da was gemeinsam haben. Sie folgt mir. Sie folgt mir. So. He tries the soup. Ja, soup, Suppe, ne, so ziemlich das Gleiche. So, try. Try, ist die Frage, wo das herkommt, das weiß ich nämlich jetzt nicht. Äh, ne, weiß ich jetzt nicht. Also im Deutschen ist es versuchen. Äh, im, im, war das im, im Französisch nicht so essaye oder sowas, das Wort für versuchen? Ich weiß es, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber, äh, ja, try ist doch mal was ganz anderes. Da frage ich mich jetzt gerade wirklich, wo es herkommt. Aber okay. Nehmen wir mal so hin. Ähm. Ja, er versucht, äh, die Suppe. Oder er probiert die Suppe. Sagt man vielleicht im Deutschen eher, aber ich hab beides schon gehört. Man kann auch essen versuchen. Das hab ich auch schon durchaus gehört. So. She tells me everything. So. Jetzt frage ich mich auch, wo tell herkommt, wo das Wort herkommt. Denn im Deutschen sagt man ja erzählen oder sowas. Da fällt mir jetzt kein ähnliches Wort auf. Und auch auf Anhieb, auch nicht im lateinischen Ursprung. Also, ist da auch die Frage, wo es herkommt. Hm. Wenn ich noch mehr sprachen könnte als jetzt, dann würden mir da vielleicht noch eher auf Zusammenhänge auffallen. Aber okay. Äh, sei mal dahingestellt. Daran arbeite ich ja. So. Sie erzählt mir alles. She tells me everything. Oder everything. Wörtlich übersetzt denn jedes Ding, ne? Wobei die Frage ist, wo every herkommt. Weil, das weiß ich auch nicht. Okay. Aber vielleicht, aber es gibt auch Sachen, vielleicht da kann man gar nicht so richtig. Die Spur zurückverfolgen. Vielleicht kommt ja sogar was aus dem keltischen. Kann ja auch sein. Äh, ich kann halt auch keine keltische Sprache, ne? Das müsste ich auch noch lernen. Aber gut. Das ist, ne? Es gibt so viel, was man sich vornehmen kann. Ähm. Ähm, ja, sie erzählt mir alles. Sie erzählt mir alles. So. Ich stimme ihm zu. Ja. Äh. I agree with him. Ist halt, das ist halt sowas, ich denke mal, das ist wieder so eine Präposition-Geschichte, wo man halt, ähm, auch gewissermaßen so das, was man halt lernen muss. Es gibt, ähm, bei Verben immer solche Sachen, die muss man halt lernen, ne? Und, ähm, hier im Deutschen benutzen wir den, 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 äh, Dativ, wie man sieht, ne? Wem, wem stimme ich zu, ihm stimme ich zu. Und, äh, im Englischen muss man, gibt's den Dativ in dem Sinne nicht. Deswegen muss man hier, ähm, mit einer Präposition, in dem Fall with, also quasi mit, ich, ich stimme mit ihm, könnte man sagen, äh, weißt du, ich bin einverstanden mit ihm oder sowas, muss man da formulieren. Und solche Sachen, ja, äh, wenn man jetzt eine Sprache lernt, dann würde ich empfehlen, halt solche Eigenheiten immer mit den Vokabeln dazuzulernen und nicht Wörter einzeln, genau aus diesem Grund, damit man sowas weiß. Das mal so nebenbei. So, we agree. Ja, wir stimmen zu. Ist auch die Frage, wo agree herkommt. Das dürfte aber, das könnte aber durchaus einen lateinischen Ursprungs sein, meine ich zumindest. Aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ähm, wir stimmen zu. Ich muss auch dazu sagen, dass ich auch schon wieder ein bisschen, äh, meine romanischen Sprachen sozusagen, also ich hab ja französisch und spanisch in der Schule gelernt und Latein jetzt an der Uni, hab ich jetzt wieder eine Weile nicht geübt, weil ich so viel anderes Zeug zu tun hatte. Deswegen, äh, ja, kann da auch manchmal so, ne, gibt's da so Sachen, auf die würde ich vielleicht eher kommen, aber auf die komme ich gerade nicht, weil mir ein bisschen die Übung fehlt. Es kostet halt auch sehr viel Zeit, die Sachen frisch zu halten. So. Sie addiert jene Zahlen. She is adding those numbers. Das klingt schon mal gar nicht so schlecht. Ja, das ist das Einzige, was passt, weil das Einzige, wo addieren irgendwo drinsteckt, ne, adding. Das andere sind komplett andere Wörter. Von daher bleibt nur das. So. Ähm, er addiert die Zahlen. He adds the numbers. Das ist doch nochmal genau das Gleiche. Und genau nochmal die gleiche Situation, dass die anderen Wörter nicht passen. So, he tries. Er versucht. Oder er probiert. Er versucht. Hier fehlt. Guck mal hier. In, in interessanter Weise, im Englischen ist das ein vollkommen, äh, ja, akzeptabler Satz. He tries. Das ist alles, da steht alles, was man braucht. Er versucht. Ja. Ja. Interessant. Aber ich möchte mal ausprobieren, ob Duolingo das trotzdem so akzeptiert. Weil, es sind ja letzten Endes nur diese Wörter, die da stehen. Also, wenn man das, wenn es reicht, die Wörter, die da stehen, zu übersetzen, ja, ist halt nur kein vollständiger Satz in dem Sinne, im Deutschen. So. We fill our bags. Wir füllen unsere Taschen. Und, ja, wieder stelle ich mir die Frage, wo kommt bag her? Das Wort bag, äh, weiß ich nicht. Ich kenne jetzt kein deutsches Wort, was so ähnlich ist. Aber, naja, nicht so wichtig. Äh, wir füllen unsere, also zumindest jetzt, in dieser Sekunde nicht so wichtig. Ich würde es trotzdem gerne wissen. Wir füllen unsere Taschen. Äh, wir füllen unsere Taschen. So. Genau. So. She supports her brother. Und, ja, ich denke mal, über die ganzen Wörter haben wir schon gesprochen. Brother und Bruder, na, da merkt man ja so die Ehrlichkeit, denke ich mal. Sie unterstützt ihren Bruder. Sie unterstützt ihren Bruder. Äh, my son follows me. Ja, mein Sohn folgt mir. Das ist auch wieder ziemlich ähnlich mit dem Deutschen, ne? My son follows me. Mein Sohn folgt mir. Das ist ja fast das Gleiche. Nur halt ein bisschen, ne, bisschen quasi wie ein Dialekt fast, könnte man schon fast sagen. Äh, mein Sohn folgt mir. Ja, alleine die Wörter fangen alle mit dem gleichen Buchstaben an. Moment. Wenn man das jetzt so vergleicht, sogar die ersten zwei Laute bei jedem Wort sind gleich, ne? My, my, n. Sohn, son. So, ja, wenn man jetzt ein bisschen, äh, ne, ein bisschen flexibler ist, wenn man was, was halt als gleicher Sound fehlt. Da hat man Son und Sohn, ist ja schon, ne? Und follow und folgt ist auch das Gleiche, sogar bei den ersten drei Lauten. Und, äh, me und mir ist auch bei den ersten zwei Wörterlauten das Gleiche. Also, da merkt man, wie ähnlich wirklich Deutsch und Englisch sind. Das ist schon interessant. Also, da merkt man halt, dass die halt einen gemeinsamen, ach, die haben einfach einen gemeinsamen Ursprung. Und wenn man jetzt Französisch nehmen würde, dann würde man nicht so viele Ähnlichkeiten finden. Bei weitem nicht. Er addiert die Zahlen. He adds the numbers. He adds the numbers. So. Sie addiert jene Zahlen. Das hatten wir doch auch schon. She adds those numbers. Also, number kommt, ähm, ja, aus dem Lateinischen, ne? Zahl ist da dann, denke ich mal, könnte wahrscheinlich dann eher aus dem Germanischen kommen und number aus dem Lateinischen. Ja, man merkt schon beim, man kann im Deutschen auch Nummer sagen, das nebenbei. Aber man merkt beim Englischen trotzdem schon den Einfluss vom Französischen und, ne, beim Französischen natürlich dann den Einfluss vom Lateinischen. Und es gibt auch direkt Einfluss vom Lateinischen aufs Englische und da kommt einfach viel zusammen und das merkt man. Das ist schon ein Unterschied. Aber die Ursprünge, das würde ich klar machen. Ähm, das kann ich auch mal gerade sagen, wie das ist, ähm, wenn nämlich eine, äh, Sprache später erst die Wörter von einer anderen übernommen hat, dann sind das in den allermeisten Fällen eher so, was ich soll ich sagen, solche, solche zusätzlichen Vokabeln, sowas wie, ja, sowas wie, eben wie Nummer, Nummer. Das ist halt so ein Konzept, das brauchten die ersten Menschen sozusagen noch nicht. Das braucht man vielleicht als, als, äh, jemand, der gerade die, die, den Ackerbau erfunden hat, braucht man vielleicht nicht unbedingt, äh, das, das Wort wird, braucht man vielleicht nicht unbedingt so viele Zahlen, mit denen man rundherum hantiert, ne. Und das sind halt so Wörter, die haben dann erst später ihren Weg in die Sprache gefunden. Aber die allerelementarsten Wörter, so wie mein und dein, ich, du, er, sie, es und, äh, was weiß ich, Vater, Mutter, Bruder, Schwester und sowas, diese Wörter sind dann meistens in aller Regel eigentlich, ja, so ziemlich immer, ähm, wirklich der Ursprung, also wie soll ich sagen, ne, Englisch ist eine germanische Sprache und da sind diese Wörter dann eben germanisch, ne. Also, Brother, Bruder, Sister, Schwester, ähm, Mutter, Mother, Father, Vater, das ist alles, weißt du, da merkt man die Verwandtschaft einfach, dass das beides germanische Sprachen sind und, ähm, es mögen sich im Englischen viele andere Wörter aus dem Lateinischen reingeschlichen haben, aber die kamen eben erst, da man, indem man merkt, dass das nicht so elementare Wörter sind, merkt man, dass sie sich erst später eingeschlichen haben. Oder, dass es halt auch Konzepte sind, die eben erst später erfunden wurden und nicht schon, schon viele Jahrtausende alt sind. Genau. Also, mit vielen Jahrtausenden meine ich, was weiß ich, 3000, 4000 Jahre oder sowas. Denn, äh, so und noch älter sind diese Sprachen ja. Mindestens, denke ich mal. Also, ich hab jetzt die Zahlen nicht auswendig im Kopf, ne, aber auf jeden Fall liegt das schon viele, viele tausend Jahre zurück, dass diese Zweige entstanden sind. Gut. Mein Vater erlaubt ist. My father allows it. Das ist wieder, ne, fast eins zu eins, nur mit ein bisschen anderem Klang der Wörter, aber die Wörter sind eigentlich mehr oder weniger die gleichen. Äh, mein Vater erlaubt es. So, sie besucht mich. Hier haben wir wieder das lateinische Wort, das hier einschleicht. She visits me. She visits me. Ähm, sie sagt mir alles. Äh, ja, sie sagt mir alles. Also, she tells, ne, hier haben wir wieder ein anderes Wort, was nicht ganz passt. Oder nämlich, man könnte auch sagen, say und sag hat den gleichen Ursprung, aber, äh, say sagt man im Englischen in dieser Situation einfach nicht. Das hat sich eben anders entwickelt. Also, wie soll ich sagen? Das Wort say und das Wort sagen, die haben so ein bisschen unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten bekommen. Und, say klingt in dieser, für mein englisches Gefühl, klingt say hier falsch, obwohl es wahrscheinlich der gleiche Ursprung wie sagen ist. Aber tell klingt besser, deswegen nehme ich auch das. Und alles kann man natürlich auch im Englischen all sagen. Das wäre dann auch wieder der gleiche Ursprung, das gleiche Wort im Grunde genommen. Aber everything klingt hier auch wieder schöner, für mein Verständnis. Also, she tells me everything. Tells me everything. Gut. Und damit... Und damit wären wir durch für heute. Stellt sich die Frage, bei solchen Ähnlichkeiten könnte man theoretisch Englisch als Dialekt des Deutschen klassifizieren? Hm. Dazu muss ich sagen, also, das ist jetzt natürlich eher nur so als Witz gemeint. Aber tatsächlich sind die Grenzen zwischen Sprache und Dialekt sehr umstritten. Und man würde vielleicht sogar Argumente finden, dass es so ist, aber nicht wirklich. Okay. Aber man merkt auf jeden Fall die Ähnlichkeit. Und das ist halt Beweis genug, dass sie definitiv miteinander verwandt sind. Und diese Sachen zu untersuchen, das macht mir halt wahnsinnig viel Spaß. Und ja, damit danke schön fürs Zuhören, fürs Zusehen, fürs Mitdenken. Falls Anmerkungen oder Fragen gibt ab in die Kommentare damit. Und ja, bis zum nächsten Mal. Goodbye. Danke fürs Ertragen des Videos für heut. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen. Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Potten gehen. Und fandest du es scheiße, war's deine Wahl der Qual. Ansonsten gute Reise und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.